Guten Tag, werte Gäste der Mesa Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer Manga Review, die eigentlich für die Edgy Week gedacht war, aber jetzt ist es nun mal passiert und kommt jetzt schon. Warum, erkläre ich euch gleich. Zuallererst, um welchen Manga dreht es sich denn? Ich will ein bisschen versuchen, das Ganze flüssiger zu halten in Zukunft und ein bisschen mehr auf den Manga an sich einzugehen, als auf was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Der Manga hört auf den Namen Yokoso Wakaba Soe und wird im Englischen genannt Welcome to Wakaba So. Ganz einfach. Ist in zwei Bänden abgeschlossen, hat 27 Kapitel, begann in Japan 2005 und endete 2008. Der Manga kam 2009 bei Yen Press im englischsprachigen Bereich raus und wurde auch abgeschlossen, deswegen habe ich ihn auch hier. Und der Manga, ja, hat eine falsche Bezeichnung, wie ich finde. Also, hier kommt der Clou. Der Manga wird unter dem Edgy-Genre gelistet, ist meiner Ansicht nach aber nicht der Rede wert. Es ist kein Edgy im Sinne von so sehr, dass man es als Edgy taggen muss. Es gibt Farb, es gibt kolorierte Seiten, sage ich mal, die sich speziell darauf wohl spezialisiert haben. Beziehungsweise Chako Abeno, die Manga-Karte, die das Ganze gezeichnet hat, hat sich wohl gesagt, okay, in den Farbseiten, da mache ich ein paar Panty-Shots und so und das mal visuell. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr harmlos und wirklich, wie gesagt, nicht der Rede wert. Also nicht in irgendeiner Form mit dem Edgy der heutigen Zeit, auch nur ansatzweise in einem Satz erwähnbar. Ja, und deshalb würde ich sagen, Leute, die Edgy nicht mögen, haben da trotzdem, können da trotzdem mit ihren Spaß haben, weil für mich ist das im Grunde eigentlich eher eine Slice-of-Life-Rom-Com, die etwas überzogenen, nicht ganz realistischen Humor hat, sage ich mal, oder Bewandtnis. Und das Ganze wird auf Unsearch unter der Kategorie 4-Panel, also 4-Koma registriert. Das stimmt nicht, denn 4-Koma sind quasi vier Panels untereinander, die in sich quasi einen Gag bilden. Anfang, Mitte und dann die Pointe am Ende und fertig. Diese Art von Humor ist es nicht. Es hat zwar hier und da schnell ein Gag-Potenzial, aber es ist nicht, wo ich jetzt sagen würde, dass es dieses typische Vorkoma-Feeling hat. Und es ist auch nicht, von den Panel her, nicht mal ansatzweise so aufgebaut. Also woher diese Idee kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen und man bezeichnet auch andere Comedy-Elemente in Japan als Vorkoma. Aber wenn, dann ist es wirklich wahrscheinlich umgangssprachlich oder sowas. Aber für mich ist das kein Vorkoma auf jeden Fall, der Manga. Der Manga, wie gesagt, wurde von Chako Abeno gezeichnet. Und Chako Abeno sollte bei uns soweit ganz gut bekannt sein. Sie hat gezeichnet unter anderem A plus B oder A plus B, Angel and Blood. Dann natürlich Bibliotheka Mystica und Chrome Breaker. Das sind so die bekanntesten. Das allerbekannteste aktuell sollte wohl Draw sein, allein schon wegen der Zensurgeschichte. Und dementsprechend, ja, Leute, die das gelesen haben, wissen so ungefähr, was sie erwarten könnte. Würde ich jetzt sagen, wenn es nicht stimmt. Und der Punkt ist, wie gesagt, es ist ein Rom-Com Slice of Life, was man so von den anderen Werken von ihr gar nicht mal so gewohnt ist. Und ihr Grund, weshalb sie das gezeichnet hat, war auch, das kann man auch in einem Interview, in einem Manga, also in einem kleinen Absatz kann man das lesen. Sie hat Maison Ikoku geschaut, den Anime zu dem Manga von Rumiko Takahashi, in dem es eben ursprünglich, so sag ich mal, prinzipiell um eine Dame geht, Und die in einem großen Wohnheim, naja, wobei Wohnheim ist falscher Ausdruck, in einer Wohngemeinschaft quasi die Hausverwalterin ist. Und das fand sie so charmant, dass sie das selber machen wollte. Und man merkt aber auch, dass sie irgendwie es nicht so ganz hinkriegt. Da ist der Gedanke da, der Wunsch, sowas auch mal zu machen, sei ihr gegönnt gewesen. Aber irgendwie wollte es anfangs nicht so. Hier dreht es sich um Folgendes. Wie gesagt, wir haben einen männlichen Hauptprotagonisten, der aus Gründen, sag ich mal, die Schule wechselt, beziehungsweise dort irgendwo eine Unterkunft sucht. Sein Bruder gibt einen guten Tipp. Hier war Kaba so, das ist eine gute Wohngemeinschaft, da kann man mal hin. Geht er hin, alles gut und, tja, wie es nun mal so möchte, ist seine große Liebe, die er, seitdem er sie in der Schule oder irgendwo gesehen hat, ist ihm nicht mehr aus seinem Kopf wegzudenken. Und jetzt wird diese junge Dame auch noch passenderweise die Hausverwalterin von diesem Gebäude. Und warum kann sie das mit ihren jungen Jahren ganz einfach? Ihr Vater ist nicht nur ein, ja, der Chef, der oberste Chef eines großen Konzerns und einer tollen, tollen, reichen Familie. Nein, der ist auch noch gleichzeitig aus irgendeinem Grund, warum auch immer, und da kommt ein bisschen dieser nicht so ganz realistisch Aspekt rein, Direktor der hiesigen Schule. Und deshalb ist die gute Dame nun eben Hausverwalterin, weil sie das schon immer mal machen wollte und weil es so einen kleinen Hintergrund von quasi bei der verstorbenen Mutter und so weiter sind Dinge passiert. Und deshalb ist es ihr größter Wunsch, das nochmal quasi selbst zu erleben. So, und damit haben wir im Grunde eigentlich schon so die Hauptprämisse drin. Dann haben wir eben halt noch ein paar Bewohnerinnen und seinen Bruder und alles läuft so, läuft so dahin. Nichts weltbewegendes, sage ich mal, im ersten Band. Und man merkt so ein bisschen, dass hier und da ein guter Humor drin ist, der auch witzig und amüsant ist. Aber man hat das Gefühl, dass sie irgendwie storytechnisch irgendwo hinwollte, es dann aber zwischenzeitlich abbricht und dann wieder erstmal sehr slice of life-ish wird und ab dem zweiten Band dann nochmal irgendwie Vollgas gibt und dann tatsächlich nochmal einen Plot bringt, der so rund ist in seiner bescheuerten Art, dass man am Ende des zweiten Bandes irgendwie das Gefühl hat, man hat hier von Anfang bis Ende einer Geschichte gefolgt und die ist rundum zufriedenstellend. Nicht bemerkenswert, aber man erwartet dann auch bei zwei Bänden auch nicht so viel. Aber dafür, dass es nur zwei Bände sind, hat es sich sehr auf einer komischen Art und Weise wertig angefühlt. Also ich hatte eine gute Zeit mit dem Manga. Der erste Band fühlte sich für mich gerade so die erste Hälfte, sage ich mal, fühlte sich ein bisschen schleppend an. Danach ging es und ab dem zweiten Band wurde es tatsächlich sehr amüsant. Das ist so ein bisschen diese 2000er Art, wo die Manga und auch Anime schon sehr, wie soll ich sagen, gerade die Rom-Coms haben immer versucht und das merkt man auch und das macht es für mich als jemand, der dort angefangen hat, Anime zu schauen und Manga zu lesen, ist es so sehr nostalgisch, weil die Art, wie der Manga geführt wird, doch schon sehr an diese Zeit einfach auch erinnert. Es ist auch wie so eine kleine Zeitkapsel, die man öffnet, wenn man den Manga liest, weil so in der Richtung werden, ich nenne es jetzt mal Harem in Anführungsstrichen, Rom-Coms nicht mehr geführt. Also zum einen, dass es nicht ein reiner Harem ist in dem Sinne, sondern dass es halt um, ja, sage ich mal, zwei Hauptmädels geht und unseren Hauptprotagonisten und die eine ist, sage ich mal, so die typische Zündere, aber hat trotzdem, sage ich mal, einen interessanten Aspekt, der nicht ganz so typisch Zündere ist, wie was man mittlerweile kennt unter dem Begriff. Also ich will da auch gar nicht so viel vorneweg nehmen, aber sie ist so ein Charakter, sie möchte halt nicht wirklich vom Hauptcharakter erkannt werden, weil sie sich damals wohl mal ein peinliches Versprechen gegeben haben und er sie sowieso nicht erkennt und, also sie ist ein Mädchen mit einer Brille und sobald sie ihre Brillen nicht mehr an hat, erkennt er sie auch gar nicht mehr, obwohl sie sich kennen und er ist ein bisschen, man merkt so ein bisschen, er ist ein bisschen dämlich, also naiv oder mir fehlt das gewisse Wort und das regt sie halt tierisch auf, aber eigentlich ist irgendwo Liebe da und das ist ja nicht nur seit jetzt, sondern eigentlich schon seit irgendwie immer und dann gibt es natürlich diese Kindheitsgeschichte noch ein klein wenig erzählt und es ist alles sehr Klischee auf der einen Seite, aber doch halt dieses charmante Übertrete, was den Humor angeht, aber auch was die Welt angeht. Du hast halt eine normale Welt, sehr Slice of Life-ish aufgebaut, du kriegst so den Alltag der Charaktere mit und dann wiederum hast du aber so ganz merkwürdige, bizarre Momente, wie zum Beispiel die, ich sag mal, die weibliche Bodyguard von der Haushälterin, die kann halt die krassesten Moves, wo man schon wieder denkt, okay, das ist nicht realistisch, aber genau das ist so ein bisschen das Charmante dran, das ist wie gesagt, das ist so eine kleine Zeitkapsel, das wurde damals sehr oft gemacht. Man hat ein reales Setting, sag ich mal, und auch reale Momente und nachvollziehbare Momente, aber dann hat man wieder irgendwas over the top und irgendein Zufall jagt den anderen und auf einmal ist unser Hauptcharakter mitten in der Scheiße und alles dreht sich quasi um ihn und alles wird irgendwie so in die Wege geleitet, dass er so ein kleines Abenteuer erlebt, wo man so denken würde, okay, das würde niemals, niemals würde es nur ansatzweise passieren. Aber genau das ist so das, was Welcome to Wakaba so auch ausmacht. Es ist schwierig, den Manga in seiner Gänze zu erklären, weil er halt wirklich einfach nur das ist. Oder andersrum, es ist fast schon zu einfach, es zu erklären. Ich möchte auch hier nicht so weit gehen und noch großartig irgendwelche anderen Charaktere zeigen oder so. Es gibt halt wirkliche Klischee-Charaktere. Du hast zum Beispiel so eine ältere Dame, das klingt schon böse, Dame ihrer mittleren, ja sagen wir mal Mitte 20 oder sowas, die quasi, die ihre Manga zeichnen muss, der muss geholfen werden. Das ist so ein Klassiker. Man hat das kleine, unschuldige, süße Mädchen, das die Schwester unseres Hauptprotagonisten darstellt, die in Wahrheit vielleicht ein bisschen anders tickt und dementsprechend auch für ein paar Kapitel für Furor sorgt. Dann hat man ein paar Kapitel, wo es einfach um Sportwettkämpfe geht und so weiter. Also man hat zwischendrin wirklich auch hier so ein, ich sag mal, Momente, die einfach mal so ein bisschen auch weg von der Story gehen, sondern einfach nur mal, wie gesagt, irgendwelche Schulgeschichten oder sonstiges erklären und das auf eine gewisse Art und Weise sehr charmant und schön machen. Nichts, was man nichts sonst auch gesehen hat, aber man hat wirklich das Gefühl, hier in diesen zwei Bänden, da steckt Herz drin. Die Manga-Kachako Abeno hatte Lust, eine ähnliche Geschichte oder ein ähnliches Setting wie Maison Ikoko zu machen und hat es einfach gemacht, das ist irgendwie sehr charmant. Sie hatte einfach Lust drauf und hat gezeichnet. Ich meine, das ist immer, finde ich, eine schöne Sache, wenn man das merkt. Auch wenn es vielleicht hier und da bei manchen Mangaka nach hinten losging und sie mussten dann ihr Genre wechseln oder so und so weiter und so fort. Aber hier hat man bemerkt, sie ist ihrem Stil treu geblieben, ihrer Idee und hat halt einfach einen kleinen Leerlauf gehabt, wo nicht viel passiert ist. Zwischenzeitlich hat sie, glaube ich, an einen anderen Manga gezeichnet und ist irgendwann dann doch nochmal zu dem Manga zurückgekehrt und hat den dann 2008 beendet und man merkt es auch. Zum einen sind die Zeichnungen ein klein wenig, wenn ich jetzt nochmal reingucke, teilweise sogar wirklich besser geworden und zum anderen merkt man halt auch die Kreativität auf einmal. Was in dem ersten Band noch so ein bisschen schwächelt, macht der zweite Band unfassbar wieder wett. Das ist richtig, richtig genial. Das macht richtig Spaß auch zu sehen, weil man das Gefühl hat, nochmal das, was sie quasi in ihrem kleinen Abschnitt geschrieben hat, man merkt irgendwie, dass genau das auch eingetroffen ist. Und das ist, ähm... Ich mag sowas. Ich mag sowas einfach. Das ist ein sehr charmant. Der Manga hat Ziele. Er ist nichts Besonderes. Er erzählt nichts Neues. Er macht nichts Neues. Er ist sehr... Er ist sehr 2005-isch, sag ich mal. Oder wie man das bezeichnen soll, so genau. Ähm... Aber das macht ihn nicht schlecht. Wenn man keine Lust auf solche Klischee-Geschichten hat, sag ich mal, und sich daran stört, dann könnte es eventuell Probleme geben. Aber ich finde, das ist ein sehr charmander Manga, der sehr toll gezeichnet ist. Ähm... Hier gibt es nur einen Punkt und der ist allgemein bei mir bei Chaco Abeno so. Ich finde, dass sie eine gute Figur macht, eine sehr, sehr gute Figur macht. Wenn sie, ähm... Kolorierte Artworks macht. Die sehen Hammer aus. Allein wenn man sich, ähm... Quasi Vorder- und Rückseite des Manga anguckt, ist es ja quasi so eine Art Wallpaper. So ein großes Bild, was sich dadurch ergibt. Und die sehen wirklich, wirklich toll aus. Großartig, um nicht zu sagen. Allgemein, diese Artworks von ihr sind. Und der Hammer. Also die gefallen mir auch farblich richtig gut. Im Manga hingegen ist es für mich, und da weiß ich nicht so ganz, ähm... Sie hat eine Art, Manga zu zeichnen, ähm... Wo man oftmals das Gefühl hat, dass im Hintergrund so ein bisschen Leerlauf ist. Also man hat sehr oft Momente, wo einfach nur weiß im Hintergrund ist. Keine... Kein Schulgebäude im Hintergrund, kein... Kein Stuhl, kein... Kein Garn, nichts. Einfach nur mal weiß. Du weißt, du weißt schon, du weißt schon, wo du bist in diesem Moment, weil du vorher irgendwo ein Panel gesehen hast, dass man sieht, dass sie jetzt gerade am Hafen sind oder sonst wo. Aber... Es ist trotzdem sowas, wo ich immer denke, klar, der Zeit ist zu verschulden und dem Druck und so weiter, wobei ich jetzt nicht mal weiß, ob sie jetzt bei dem Manga so sehr Druck hat, weil für mich wirkt es dann doch eher wie eine Art, ähm... Leidenschaftshobbyprojekt und nicht wirklich wie ein Manga, der ernsthaft wirklich ihr mega die Kohle eingebracht hat und wo da eine Art Zeitdruck drin war. Ähm... Aber kann ich jetzt nichts zu sagen, hat sie ja auch nichts dazu geschrieben, wie gesagt. Aber das ist immer so ein Problem bei Chaco Abeno. Sie kann toll zeichnen und es passt. Es schmiegt sich wunderbar in den Manga ein und es macht auch wirklich Spaß, ihre Charaktere zu sehen, wenn sie mal eine große Seite bringt, also wo man den Charakter zum Beispiel mal komplett von Kopf bis Fuß sieht oder so. Das kann sie halt richtig gut. Ähm... Hier und da, manche Comedy-Panel-Dinge wirken ein bisschen unbeholfen im ersten Band. Im zweiten Band legt sich das total. Da ist der Comedy-Aspekt auch nochmal wesentlich genialer. Und, ähm... Man merkt halt... Und das finde ich auch irgendwie interessant, dass man halt diesen... Diesen Sprung merkt. Was... Was ein paar Jahre so gesehen eigentlich ausmachen, ist schon faszinierend. Und, äh... Wer auf sowas einfach Lust hat, wie gesagt, der kann sich das einfach mal geben. Ähm... Ich würde sagen, genug über Wakaba so. Ich... Meine Empfehlung habt ihr. Macht damit, was ihr wollt. Der Manga ist nicht so ganz einfach zu bekommen. Und es könnte auch durchaus sein, dass ihr, ähm... Für einen gebrauchten zweiten Band dann vielleicht auch schon mal, ähm... Sieben Dollar mehr zahlt, als ihr es damals gezahlt hättet. Das ist halt nun mal ein bisschen der Sammlerwert, äh... Die Sammlerwert-Problematik. Problematik. Der erste Band sollte, ehrlich gesagt, kein... Ziemlich machbar sein. Weil den habe ich echt hinterhergeschmissen bekommen. Ähm... War es mir wert? Für meine Sammlung auf jeden Fall. Ähm... Ich bin ein... Ich würde jetzt nicht Fan sagen, das ist vielleicht ein bisschen krass. Aber ich mag, äh... Chaco Abeno wirklich. Und ich habe mir gedacht, dass die zwei auf jeden Fall in diese Sammlung kommen. Wie gesagt, allein schon, weil sie so eine Art kleine Zeitkapsel darstellen. Und es ist schon sehr charmant. Es ist... Man kann... Es ist... Es ist grundsympathisch. Kann man einfach mal so sagen. So. Und jetzt beende ich damit diese Manga-Review. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht so lange aufgehalten. Und, ähm... Vielleicht schaut sich der eine oder andere den Manga mal an. Wird mich freuen. Und ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den Manga schon mal gelesen habt. Oder und so weiter und so fort. In diesem Sinne. Bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Meso Manga. Und ich sage wieder einmal... Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.